Stefan Hermlin nämlich. Abendlicht, so hieß ja eines seiner Bücher. Prosa sprachlich virtuos. Ansonsten ein schwer zu fassender, wie soll man sagen, Grand Senior der DDR-Literatur. Immer ein bisschen elitär, ein bisschen distanziert zum Geschehen als integre, wie hieß es, Instanz gegen die Instanzen, so wurde er auch mal bezeichnet. Feinsinniger Ästhet. Doch in den Nachrufen war auch immer von Lebenslügen hinter der klassizistischen Glätte die Rede. Also, wer war Stefan Hermlin? Womöglich bleiben von allem, was er schrieb, nur einige wenige Gedichte und seine meisterlichen literarischen Essays. Vor allen Dingen aber sein autobiografischer Bericht Abendlicht. Er war der letzte Kommunist und als letzter bereits eine literarisierte Erscheinung. Dies schreibt Frank Schirrmacher, Herausgeber der FAZ im April 1997. Ein Nachruf auf Stefan Hermlin, gestorben kurz vor seinem 82. Geburtstag. Eine literarisierte Erscheinung. Genau darum hatte sich kurz vor Hermlins Tod ein Streit entzündet. Eine groß angelegte Lebenslüge, vermutete Karl Corino, Literaturchef beim Hessischen Rundfunk. Akribisch, manche meinen auch besessen, hatte Corino biografische Materialien verglichen. Die Ergebnisse, die er schließlich präsentierte, irritierten. Denn nun stimmte von dem, was ich zu wissen glaubte über Hermlin und was alle Welt zu wissen glaubte, nun stimmte von dem allem plötzlich gar nichts mehr. Sicher ist wohl, Hermlin wird 1915 als Rudolf Leder in Chemnitz geboren. Er besucht zeitweise das Rotluft-Gymnasium. Hölderlin und Marx prägen den jungen Mann. Ich habe mal ein Prosa-Stück geschrieben mit der Überschrift Kassberg. Ein Viertel von Chemnitz und zwar das sogenannte Gute Viertel. Sehr grün. Meine Großmutter hatte dort ein Haus. Da wohnten wir. Doch dann zerbröseln die biografischen Gewissheiten. Kein Abitur wie angegeben, die Mutter keine Engländerin, sondern Jüdin, der jüdische Vater nicht im KZ umgebracht, der Schriftsteller selbst nicht interniert. Zweifel auch an Hermlins Rolle im Kampf gegen den Faschismus. Bestätigt sieht sich Corino schließlich in den Akten der Stasi, die Hermlin intensiv beobachtete. Und es steht wörtlich zu lesen in einem Aktenvermerk von Markus Wolf persönlich vom 3. Dezember 1956, dass alles, was Hermlin über seine Tätigkeit im Kommunistischen Jugendverband im Widerstand gegen das Dritte Reich in Spanien und in der Resistanz über sich verbreitet habe, mit der Wahrheit nicht übereinstimme. Corinos Vorwurf an den Dichter Hermlin habe hingenommen, dass seine Prosa für autobiografisch gehalten wird, insbesondere Abendlicht, der Höhepunkt seines erzählerischen Werks. Er habe an einer Lebenslegende gestrickt, sich auch erpressbar gemacht. Was aber bleibt dann von ihm, neben seiner Literatur, den Übersetzungen von Neruda, Aragon und anderen? Sicher, sein Engagement zu DDR-Zeiten. Hermlin, der prominente Genosse, widersetzt sich mehrfach der Zensur, der Disziplinierung von Kunst und Kultur, legt sich mit der SED-Spitze an. Ich war der Ansicht, dass sich die Partei nicht mehr in ästhetische Dinge einmischen sollte. 1976 initiiert Hermlin die folgenreiche Petition gegen Biermanns Ausbürgerung mit. Er hatte den Liedermacher schon früh protegiert, auch gegen Widerstände. Später wendete er sich gegen die Relegation von vier Berliner Schülern aus politischen Gründen. Es bleibt auch das Urteil von Kollegen, die des Anbieterns unverdächtig sind, so des Lyrikers Rainer Kirsch. Ein Verteidiger der Kunst, in Zeiten, da die Unkunst auftrumpfte und auftrumpft. Und ein aufrechter Mann. Wenn es zu DDR-Zeiten schlimm kam, wussten wir, da war Stefan Hermlin, auf den war Verlass. Er hat damals vielen geholfen. Manche haben es ihm nicht gedankt.